... Wenn du ein bisschen größer wärst, dann würde man besser an die Brücke angucken, dann schwirr die Brücke. Das ist ein bisschen größer. Du hast weder Gummibänchen hingestellt noch die Brücke. Du kommst extra wegen der Kommentar. Das war ein bisschen. Das ist jetzt noch zu hoch. Wenn ich nicht wüsste, das Thema ist ja noch so. Das würde ich sagen, da drüben macht da irgendeine Spritze was. Danke. 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 Danke.